Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video stellen wir euch die neue Creator-App Kaya von Google vor, die es Creatern ermöglicht, ihre Produkte einfacher zu verkaufen. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Google launcht in den USA eine neue App mit dem Namen Kaya. Mit Hilfe dieser können Creator einfach einen Online-Shop erstellen und dort alles Mögliche verkaufen. Google gibt an, dass Creator auf Kaya alles verkaufen. Von Trapez-Workout-Anleitungen bis hin zu Wellness-Trainings-Videos, Fotofiltern und so weiter. Sie möchten kostenpflichtige und kostenlose Produkte unterstützen. Dabei werden Trinkgelder, Abo-Funktionen und andere Arten der Monetarisierung ganz bald folgen. Damit Follower auf den Shop aufmerksam werden, können Creator ihren Store, den sie auf Kaya betreiben, in ihrer Bio auf ihren Social-Media-Kanälen verlinken. Besonders für YouTuber ist Kaya interessant, da durch die Zugehörigkeit zu Google die Produkte unter den Videos in einem Showcase ausgespielt werden. Zusätzlich zu den Shop-Einstellungen bekommen Creator übrigens auch Zugriff auf Analyse-Tools, mit denen sie Artikelverkäufe, Klicks und Promotions einsehen können. Auch wenn Kaya vorerst nur in den USA verfügbar ist, könnte die App demnächst auch zu uns kommen. Denn Google schreibt, dass sie hoffen, Kaya bald in weiteren Ländern anbieten zu können. Wie die neue App bei Creatoren ankommen wird, wird sich zeigen, denn viele Plattformen haben bereits eigene Angebote für Creator, um Produkte anzubieten. Instagram bietet beispielsweise einen eigenen Instagram-Shop für seine Creator an. Es bleibt also abzuwarten, wie und ob Creator auf die neue App reagieren werden. Was haltet ihr von Googles Plänen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei den Experten von eBakery melden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery Team. Bis zum nächsten Mal.